Megaman-Legacy Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall an Megaman 1 wagen Ich bin da voll bereit für Und los! Ah Megaman Ah super Ich freu mich richtig drauf Hab ich schon lange nicht mehr gespielt Den ersten Teil hab ich schon mal gespielt Den zweiten auch Und dann wird's blind Das heißt uns erwartet ne Menge Fählige Zeug aber Wir fangen jetzt erstmal an mit Gutsman Jetzt geht es los Ich bin bereit Ihr seid bereit Und jetzt geht es rund Also gute Musik So wir gucken mal was wir in der Legacy Dish machen können Wir können nochmal laufen Hüppen Und wir haben auch nen Turboshoot Button Aber den möchte ich nicht benutzen Der liegt bei mir auf Dreieck Das wissen wir jetzt Und ja gut Ist halt so Piu piu So Ich hoffe mal ich komm hier ohne große Probleme durch Weil eigentlich ist das Spiel nicht Also doch das Spiel ist schon ein bisschen schwer Aber ich bin auch kein Allzu trotteliger Spieler was Megaman angeht Hui Also wenn ich hier gut durchkomme Bin ich schon sehr zufrieden Und So Einmal Zweimal Dreimal Das hat mir Früher sehr viel Schwierigkeiten bereitet Huiuiui Aber ich hatte schon lange Bock auf Megaman Und mit den Legacy Legacy Mit den Legacy Collections Da kann man einfach endlich Sich für wenig Geld echt Alle Spiele holen Es gibt ja sogar die Megaman X Edition Au Also ich würde auf jeden Fall zuschlagen Ich habe Einen Teil habe ich geschenkt bekommen Hier den ersten und den zweiten habe ich mir dann Zum Geburtstag besorgt Ha denkste wo Au Und da bin ich auch echt happy drüber Da 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 Aua He he So Oh Ne Was bringen mir die Punkte? Punkte bestimmt Aha Was bringen mir die Punkte? Punkte Ha Geh doch nur weg Nein Nein Das ist nicht wahr Das ist nicht passiert Ich wollte unbedingt links die Energie holen Jetzt auch Na dann wenn ich hier lande Mal gucken wie viel wir Pro Folge äh Und schnappen Au Oh mein Gott lande links Lande nicht ganz unten Ihr Lümmel Oh Gott war das eine dumme Idee Ha Das hat sich ja fast gelohnt hier lang zu laufen Ähm Oh das Leben Ich hab einfach ordentlich schon ein Leben verloren Im ersten Level In den ersten paar Minuten Aaaaaah Ich ho Ich hab immer die Die Den Wunsch dass die mir Energie geben Aber das machen die nie Bin ich immer ein bisschen deprimiert Ach wir sind schon Waren die Level so kurz? Ich nehm das gern mit Das schaffen wir ja so gut Dann ist das ja ein richtig kurzes Projekt Komm gib mir mal ein bisschen Energie Ach man wie soll ich denn sonst was rocken hier Oh hoppla Hoppla Wo äh Ja zurück zu spiel Haha Okay Entschuldigung Das passiert mir bestimmt nicht nochmal So Gutsman Au Hat mich voll erwischt Nein 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 Au Aaaaaa Nein nicht machen Neiiiiiiiin Oh mit seinem dicken Socken Aaaaaa Aaaaaa Das ist immer ein Stück zu früh Nein Ich finde Gutsman kann man als ersten Boss am besten machen weil er jetzt nicht so trage schwer ist Sag ich nachdem ich einmal verloren hab und gewonnen Das sieht gut Hallo Komme ich hier weg? Achso Okay so und ich dächte zu wissen dass Cutman jetzt der nächste schwächere ist Ba da Ba la Ba 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 Oh die Musik geht ab So Ich habe jetzt eben gerade Messiahs mask fertig aufgenommen weil wir haben jetzt immer noch den ich glaub den 12 Oktober Meine Ferien sind bald vorbei Morgen kommt mich Marvel besuchen Ah ich hab so ne gute Woche Ich bin auch schön am Producen hier. Und hab auch richtig Spaß gerade. Nur das Internet macht aktuell nicht so mit, wie ich will. Ich wollte die Tage streamen. Hat überhaupt nicht geklappt, Leute. Überhaupt nicht. Hüpfer. Piu. Nein. Au. Hat mich voll erwischt. So. Da, 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 da. Ach, hier könnten wir doch alle nichts anhören. Ich finde das so cool, dass man hier so überall hinschießen kann. Bing, bing, bing. Tja. Hüpf. Ah, der erste Mega-Man-Teil. Was muss das nicht damals cool gewesen sein? So auf dem NES oder so. So, hier schön durchlaufen, damit die einen nicht erwischen. Piu. Rein. Au. Da haben mich die anderen Lümmel erwischt. Oh, meins, meins, meins. Hüpf. Da, 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 da. Komm runter. Da, 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 da. Au. Gott, dammit. Ich fall immer auf sowas rein. Uuh. Ich bin echt gespannt, ob ich die ganzen Mega-Man-Teile durchspiele. Weil die werden ja auch, soweit ich weiß, schwer. Also der zweite Teil ist nicht schwer. Der ist aber übelst cool. Also die Musik ist da super und so. Da freue ich mich richtig drauf. Okay, das war, das war dämlich. Na komm. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, hier schön mit dem schönen Sprite-Leg. So muss ich ein altes Spiel spielen. Richtig schlecht. So. Da, 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 da. Wir haben doch keine Zeit. Mann. Wuh. Nein. Oh, ich dachte, ich wäre voll clever, wenn ich da so schnell durch bin. Pew, pew, pew. Yeah. Slow-Motion Mega-Man. Ach, selbst wenn der Energie gibt, komme ich da nicht dran. Oh, bin ich ja auch gleich schon beim Boss? Ach nee, jetzt kommen doch auch noch so riesige Springer-Typen, ne? Das weiß ich. Ach nee. Ach, ich bin voll, im Kopf, im Kopf bin ich voll im falschen Level. Yeah, meins. Yeah, 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 yeah. Vor allem bin ich gerade kopfmäßig im Cut-Mames-Level und im vorletzten Level einfach. Ich frage mich, ob Mega-Man sich für einen Speedrun anbietet. Also bestimmt, aber auch gut. Nein. Nein, komm schon. Ah, ich wurde nicht getroffen. Ja, Mann. Da, 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 da. So. Und ich dächte, bei dem stehen gleich so Steine rum. Ja. Da kommt einer aus der Decke. Haha. Weil ich sehr gut vorbereitet bin. Also nicht vorbereitet, aber ich hab's im Kopf. Du, 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 du. Ja, und hier sind zwei Steine und die benutzen wir, um Cut-Man zu besiegen. So. Komm nur her. Oh, voll daneben. Nein. Naja, immerhin. Es hätte sehr viel besser laufen können. Oh nein, ich hab nur Leben. Und. Schuss. Hehe, geschafft. Ja, Mann. Da, 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 da. Sehr gut. Ich hätte mit Schlimmungen gerechnet. So, ähm. Ich war, hab hier, ich, hm, hab keine Uhr hier. Ich guck mal fix nach, wie lang die Aufnahme geht. Gut, ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle, äh, jetzt erstmal Feierabend. Und. Verabschiede mich. Bis dahin. Und. Tschüss. Tschüss.